Das sind noch Quests, die von vorn üblich waren. Ich hätte noch einen. Vier Stück müssen es sein. Zwei bei ihm abgeben und zwei bei dem anderen hier. Dann hast du alle abgegeben, genau. Ich habe ja jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte gemacht wie ihr, weil... Ja, ich habe ja nicht viel gemacht. Joa. Trotzdem kriegst du die Erfahrungspunkte. Ich habe nur hinten rumgestanden und sah gut aus. Ich würde sagen, warte mal, Isaac ist schon weggerannt, oder? Ne, da hinten ist er. Ne, ich bin da. Der hat sich versteckt hinter dem Fleischklops. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach mal hier auf. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Ich werde mich mal hinknien. Vielleicht knien wir einfach mal alle hier. Ich wollte nämlich ein Bild machen für Thumbnail. Wie kniet man? Slash knien. Du kannst doch einfach X drücken. Da setzt du mich hin, ne? Ja, da setzt du dich hin. Ach ja. Du musst nur eine gute Position hier finden. Oder Perspektive. So ist, glaube ich, eine gute Perspektive. Das Problem ist halt mit dem Symbol und so, dass alles dann halt... Ja, dann sieht man aber nicht ihn. Okay. Versuchen wir es mal so. Irgendein Bild werde ich mir davon schon aussuchen. Und das schon hinkriegen. So sieht doch gut aus. Aber dann sieht man Glühwo nicht. Glühwo, komm noch ein Stück nach vorne. Das wäre gut. Oh ja, genau in die Lücke. Das wäre gut. Das sieht gut aus. Ja, 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 ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. So bleiben. Bitte lächeln. Hihi. Sehr schön. Ich einfach auf den Boden gucke. Sehr schön. Dankeschön. Wollt ihr alle auf den Boden gucken? Nein, nur wir nicht. Die gucken nach vorne. Ja. Gut kommt halt. Das werde ich euch nicht vergessen. Du bedankst dich bei mir? Wolfgang hat auch einen Kuss bekommen von Ichherzmugu. Sehr schön. Bitte Wolfgang. Das Kuss hat dir sehr gut getankt. Wolfgang? Nein. Gut. Was wollen wir als nächstes tun? Erstmal ein Blick auf die Uhr. Es ist... Wolfgang wird hier von allen geknutscht. Schauen wir mal, was macht denn die... Da war ich auch mal mit. Silandra ist Stufe 10. Sehr gut. Glückwunsch. Bald elf. Das ist sehr gut. Bald hast du uns eingeholt. Dann können wir auch beim nächsten Mal zusammenspielen. Direkt. Ja. Jetzt ist die Frage. Was machen wir? Ich habe nämlich gedacht, wir machen heute nur die Inni eigentlich. Wir könnten theoretisch jetzt alle zusammen irgendwo questen gehen. Aber das würde nicht aufgehen, weil Glywoh und Isaac 20 sind. Ja, Mugu ist 16. Der würde mit uns zwar questen können. Also der könnte mit uns questen eigentlich. Wer hat denn gesagt, dass er halb 10 gehen muss? Isaac. Also ich. Du? Isaac? Weil es nicht gleich halb 10 ist. Wollte ich nur... Wo erinnern? Ja. Ich das. Dass du deine Zeit verweist. Ey, Glywoh dance. Yay. Aber eigentlich sagte ich 10 halb 11. Ach, 10 halb 11. Und ich habe... Nö, das ist gemütlich. Ich werde dich jetzt ins Bett schicken. Oh Gott, das ist... Wir könnten... War ich das denn? Ja, Mama. Ich weiß, was wir machen. Ach, das kenne ich doch. Wollen wir in die nächsthöhere Instanz vielleicht? Gerne. Na, von mir aus? Das wären die Höhlen des Wehklagens. Zu Fuß oder? Zu Fuß könnte ein bisschen dauern. Ja, das könnte ein bisschen dauern, aber... Ach, das ist ja auch noch. Stimmt. Genau, HDW. Höhle des Wehklagens. Aber... Ich würde da ehrlich gesagt schon gerne zu Fuß hinlaufen. Ist zwar ein Stückchen, ja, aber... Man sieht wenigstens wieder was von der Welt. Und Wolfgang steht so absolut verwirrt in der Mitte. Nicht mehr, nicht mehr. Yay. Dann für die Horde. Wir erkennen keinen Schmerz. Wir müssen aufhören. Ich glaube, wir müssen weiter. Die gönnen uns keinen Spaß. Okay, lass uns in Lava springen. Oldpur-Radio. Das Wort auch. Aber ich denke, du kennst keinen Schmerz. Nee, ist bei Lava. Ich glaube, der Lava tut weh. Ich heige dich auch. Äh, nein. Oh. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt heulst, Palio. Ich habe ja eigentlich mit dir getanzt. Nee, weil alle... Ist ja weggegangen. Ja, aber weil alle wollen mit Wolfgang. Ja, Wolfgang ist halt erst da, ne? Mein armer Wolfgang. Ups, und da schwimmt eine Dunkel-Elfe, glaube ich, im Lava-Lava. Ja, dann springe ich jetzt auch absichtlich ins Lava, weil sonst findet sie hier nie wieder hin. Dann belebe ich mal den Dunkel-Elf und lasse den anderen da mal liegen. Oh mein Gott, tut mir leid. Das kommt davon. Blut-Elf, Blut-Elf, irgendwas, so war das, ne? Ach, so weit ist es gar nicht. Blut-Elf, ja. Blut-Elf. Hast du es schon freigelassen? Nein. Ja. Warte. Sie liegt noch in der Lava. Siehst du mich? Siehst du mich? Hallo, hallo, hier, hier, hier. Ja, ja. Aber wie du für mich mit in die Lava springst, dein Leben hat ohne mich keinen Sinn. Ja. Weil ich dich liebe. Ja, weil ich dich liebe. Das hast du dir jetzt verdient, dass wir das für mich in die Lava... Ihr habt beide übrigens eine Wiederbelebung, ne? Ja. Ja, nehmen wir an, ne? Zeigen wir das auch mal, weil wir können ja auch wiederbelebt werden von anderen Leuten. Okay. Einfach auf Annehmen klicken. Wo denn? Kommt jetzt. Ach so. Aber bitte nicht bewegen. Nicht bewegen, wenn du angenommen hast. Welke von weh ist die? Nicht bewegen. Okay. Wenn du angenommen hast. Hast du angenommen? Nein, bis jetzt war noch nichts mit Annehmen. Ich schicke mal noch eine los. Ja, wahrscheinlich habe ich es da nicht gesehen, ja. Oder ich habe mich bewegt. Wer weiß. Oder sie hat in dem Moment Geist freigelassen. Also so ein Highlight ist doch sehr praktisch. Ja. Auf jeden Fall. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Ah, ich wäre noch wiederbelebt. Okay. Drei Schritte rückwärts. Du stehst genau wieder am Lava-Rand. Ich möchte nicht, dass du wieder reinfällst. Du hast gesagt, ich soll mich nicht bewegen. Und ich warte jetzt die ganze Zeit auf, was auch immer passiert. Deswegen solltest du dich nicht bewegen, weil du hier oben standst und wieder so gefährlich an der Lava warst. Oh. Ich hatte sie noch im Target. Ich hätte sie heilen können, bis sie am Land war. Oh, wie süß. Ja, okay. Ich würde alle auch nicht hier aufpassen müssen. Wie gesagt, so ein Highlight ist praktisch. Man kann immer einen Highlight gebrauchen. Den stecke ich mir jetzt in die Tasche. Wenn ich nicht dabei wäre, ich bin euer Highlight. Aber das ist so typisch, weil im echten Leben bin ich auch so tollpatschig und renne überall gegen. Oh, der Stern. Was heißt das? Eigentlich will er mich gerade verarschen. Hast du dich gerade als Target? Soll ich dich als ein Schaf verwandeln? Ja, verwandle ich. Geht das? Nein. In einem Duell, ja. Nur im PvP. Oder in einem Duell, genau. So, dann laufen wir mal wieder raus hier. Können wir da runter? Nein, das ist leider nicht mehr möglich, die Abkürzung. Die ging früher immer. Die war so schön easy. Wo ist denn eigentlich Mogu? Wo ist eigentlich Mogu? Finde Mogu. Ja, such Glühwo. Such. Mogu ist, glaube ich... Der ist schon ganz weit vorausgelaufen. Raus, 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 raus. Hashtag Trophy. Ja. Ja, die war Börblich, die haben keinen Schaden bekommen. Ja, vor allen Dingen, weil ich mich hier nach Muho umgeguckt habe und habe mich auf den Weg geachtet. Ja, der steht schon am Eingang. Der konnte mal wieder nicht warten. Ich warte extra auf euch vor dem Eingang. Sag ich ja. Ein- und Ausgang. Muss ich jetzt hier wieder irgendwo auf Lava aufpassen? Aus Eingang. Ah, noch nicht, noch nicht. Ein Stück weiter vor. Höse Eingang aus. Da, wo gerade Glühwo auf der Höhe ist. Dahinter, glaube ich. Ja, da genau, wo Glühwo jetzt ist. Ah, okay. Rät Glühwo rein. Was meint ihr dir gerade mit Glühwo? Ne, wo die Lava ist, meinte sie, hat sie gefragt. Und dann habe ich gesagt, da, wo Glühwo jetzt auf der Höhe ist. Und dann bist du in dem Moment genau reingerannt. Die hat mir meinen Hinterteil ein bisschen angesenkt. Autsch! So. Ja, der Weg zu den Höhlen des Weglagens wird jetzt ein weiter beschwerlicher Weg. Aber wir können da auch ein bisschen Geschichte mit vermitteln. Solange wir auf dem Weg nicht wehklagen. Ah, boah. Der fängt ja echt schon so an wie ich. Das hätte ein Paarlo sein können. Ja, das hätte ein Paarlo sein können. Ein Paarlo-Kauerer. Ich glaube, ich nehme einfach zu viel mit dir auf, Paarlo. Dabei, nein. Nein, nein, das kann ja nicht sein, weil sonst würde ich ja auch schon so anfangen. Nein, nein, das färbt nur auf männliche Personen. Ach so, aha. Seit wann das denn? Ja, das. Seit, ähm, seitdem übermorgen vorgestern ist? Weil gegen rechts vor links. Nein. Seit Baum. Weil Baum. Das ist sowieso das Beste. Dann machen wir jetzt doch mal eine Karawane. Was haltet ihr davon bis zum Ausgang von Orgrima? Alle auf Laufen, Glübo, einmal runter. Ich bin für eine Polonese. Polognese, ja, meine ich ja. Karawane Polonese. Wie funktioniert das? Klick auf meinen Charakter. Ich mache ein Rechtsklick auf Paarlo. Auf das Bild oben links. Oben. Und mache dann das Folgen. Auf welches Bild? Auf dein... Auf mein Charakterbild von der Gruppe. Und dann Rechtsklick und dann auf Folgen. Jawohl. Hast du? Ihr folgt Paarlo. Gut. Sehr gut. Alle auf Folgen? Alle auf Folgen? Ich ja. Ich folge. Dann los geht's. Die Karawane zieht weiter. Der Sultan erdurscht. Ja, ich auch. Dann trink ein Trink. Dann trink was. Schlimm wird es an den Ecken nicht, dass einer verloren geht. Man darf die nämlich nicht zu eng nehmen. Ich glaube, das ist schon zu spät. Wie schön sie dir hinterher dackelt. Ach, herz allerliebst. Wow, Hilfe! Die rennen mich noch um. Haben sie schon. Alle wieder da? Ich lebe immer noch an deinen Arsch. Jawohl. Ich glaube, Glühwe hat das Prinzip nicht ganz verstanden. Aber meiner ist total weit vorne, ne? Ich bin gespannt, wie das dann bei dir an der Aufnahme aussieht. Sieht lustig aus. Aber ich habe das Gefühl, ich laufe total weit vorne. Also, ich bin genau bei dir dran. Ah, Drachenseeles Drachen-Gedönster. Oh, wie schön. Den habe ich auch, ja? Ein goldener Drachen. Den kann man sich kaufen für 20 Euro im Blizzard-Shop. Teuer. Den gibt es auch als kleines Haustier, habe ich gesehen. Ja, der droppt aber, ne? Oder kann man den auch kaufen? Den muss man auch kaufen für 12 Euro, glaube ich. So, wir verlassen jetzt gerade durch den Haupteingang Orgrimma. Ah, Glühwe. Also, ich wundere mich nicht mehr, warum manche sich mit WoW verschulden. Aufgehört, Moment. Kurze Frage. Ich habe ja länger nicht mehr gespielt. Was macht die Armee vor unserer Tür? Keine Ahnung. Wir haben ein Anhängig, Phil. Sie passt auf, dass Orgrimma nicht so dreckig wird wie Unterstadt. Ah. Die Putzkolonne. Richtig. Lass sie kommen und Stahl kosten! Ist hier irgendwie ein Event? Ne, die sind da immer wegen dem neuen Patch, ne? Ja. Okay, ja, ich war jetzt halt seit längerem nicht mehr da, ne? Ich glaube, die sind da seit die Insel der Riesen eingeführt wurde. Da war ich auch schon nicht mehr da. Ich war da mal drauf, weil ich noch inoffiziell war. Das war cool. Du bist doch unser WoW-Profi. Ja, aber ich habe jetzt fast ein Jahr nicht mehr gespielt, weil ich mich auf meine anderen Aufnahmen konzentriert habe und nicht auf World of Warcraft und ich keine Lust mehr hatte auf World of Warcraft, weil es einfach nur noch langweilig wurde mit der Zeit. Weil man hatte zwar so seine Leute, mit denen man gespielt hat, aber man hatte nicht so was Lustiges wie hier. Ja, ich glaube, wenn du einmal mehrere Charaktere auf Level 90 hast und dann alles mal irgendwo gesehen hast, dann ja. Ja. Kurze Frage. Ja. Ja. Wieso sind wir jetzt sechs? Ach, der läuft mit uns. Wer läuft? Was sagt dir mein Anhängsel? Den, den, ähm... Alex Trasza? Was macht ihr? Spielen. Der hat sich einfach mit drangehängt. Ach, Mike. Jetzt, jetzt werden wir den nicht mehr los. Lügt. Er lügt. Nein. Tut er nicht. In YouTube? So mit YouTube und so. Ja, wir sind jetzt hier übrigens... Ne, auf Klipfisch? Ich kann gar nicht lesen, was er schreibt. Auf Youporn. Ich kann gar nicht lesen, was er schreibt. Welches Level ist er denn? 90. What? Oh, 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 oh. Und der klebt einfach mal mit bei uns dran, oder wie? Ja. Ja, ein Anhängsel. Hat sich vor den Toren eingestiedert. Okay. Lass ihn doch einfach mitlaufen. Ja, klar. Ja, aber mit Level 90? Es ist halt langweilig auf Level 90, ne? Jo. Ich folg dir immer noch. Soll ich mal entfolgen? Karawade! Go! Für die Horde! Yay! Oh! Der rennt da einfach weg. Hast du entfolgen jetzt gedrückt? Nö, eigentlich nie, aber... Na dann. Dann nicht. Na gut, dann laufen wir alle wieder alleine. Oh. Guck mal, was er sich hier reinschleicht in die Aufnahme. Und jetzt sein... Hacker? Ganz sicherlich. Wir laufen alle zu Fuß und er hat einen Mount. Hacker. Eindeutig. Angeber. Ach, und die Frau muss laufen. Ja. Wir haben ja keinen Reitmond momentan. Huch. Übung. Oh, jetzt geh doch mal hier weg, ey. Alter. Verpiss dich. Hau ab. Ich lock mich gleich um und ich... Verkloppe dich mit meinem Ali. Da kannst du für. Ah, ich... Er, ils. Pau, ooh, dein Einsatz! Ey, wir wissen, wo. Schweig! Du musst dein... Besch! slaichwerbung machen für deinen Kanal. Nö, so einen möchte ich nicht auf mein Kanal haben. Den nächsten Hater. Ja. www.schleich dich weg. Sonst nennt PewDiePie, dann verfolgt er uns auf lebensende. Mein Name ist Gronkh. Gregor Gronkh Onkh. Du Honkh. Glorius Onkh Onkh. Boah, jetzt schleich dich weg, Junge. Man sieht ja gar nichts mehr. Alter. Achso, bevor wir hier loslegen, würde ich gerne noch mal mein Inventar schicken, weil ich hab ja ein bisschen was bekommen. Ja, mach das. Ich werde mal eben den Spieler melden. Ah, Name oder Cheating. Nehmen wir Name. Regelwidriger Name. Und wenn ich jetzt langsam aus dem Bild hier verschwinde. Fenster verschieben. Verdammt. Man kann den nicht einfach mal so melden. Die barbarischen Stoffhandschuhe, die ich getroppt bekommen hab. Ah, ausdrucksweise Spam Name Cheating. Möchten Sie diesen Spieler melden? Ja. Vielen Dank für Ihre Meldung. Bitte gerne. Übrigens, das hier ist der Tauchen Bane Blu... Boah Junge, jetzt verpisse ich hier aus meinem Let's Play. Okay. Alter. Hallo ganz oben. Das hier ist der Bluthoftaure, also der Häuptling der Bluthufe. Und hier links neben uns sehen wir den neuen Kriegshäuptling. Vol'jin. Sehr schön. Der loyalste überhaupt, den es gibt. Oh. Die beiden hier sind die... Ich bin mir unruhig, alter Freund. Genau. Kannst du ja mal vielleicht vorlesen. Ich nehm Vol'jin. Ich auch. Wir haben keine Ahnung, was Garrosh plant. Oder was er noch für uns bereithält. Ich fürchte um die Sicherheit unserer Leute. Nicht jeder wird mit dem Leben davon kommen. Und warum? Was bringen diese Aktionen der Horde? Garrosh ist ein Narr und ein Verräter. Ich hätte ihn schon vor langer Zeit erledigen sollen, als er meinen Vater verriet. Ihr kriegt eure Gelegenheit schon noch. Aber zuerst schnappen wir uns die Stadt. Seht ihr in Kontakt mit der Allianz? Beide, Allianz und Horde, segeln auf den Hafen zu. Wir werden die Truppen aufteilen und das Eingangstor angreifen. Ein kühner Plan. Wollen wir nur hoffen, dass wir keine Überraschungen erleben werden. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl, Mann. Fast alle Truppen sind jetzt hier. Ich bin ein beunruhigt alter Freund. Er ist immer noch nicht beruhigt. Ich auch. Wir haben keine Ahnung, was Garrosh plant. Dauerschleife. Oh Gott, die armen Leute. Jetzt alle abgeschalten. Ja, aber er spricht normalerweise so. Beziehungsweise die Trolle, die reden so. Wo ist mein Mojo, Mann? Wo ist mein Mojo, Mann? So, wollen wir weiter? Ja. Würde ich sagen. Würde ich sagen. Ähm. Kann das sein, dass wir schon die Ausfahrt verpasst haben oder müssen wir jetzt hier? Nee, hier lang. Hier, ne? Genau. Ja, seit dem Kataklism habe ich die Karte nicht mehr 100 pro im Kopf. Ich auch nicht. Das ist furchtbar. Es ist ekelhaft. Alle folgen dem dicken Panda. Gerade das Brachland ist grässig geworden, ne? Nein, ich finde das Brachland ehrlich gesagt schön.